Das Original von Ankel Benz. Fix für Fleischpfanne Stroganoff. Mhh, mit leckerem Gemüse. Natürlich frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Keine Staus. Keine Hektik. Keine Termine. Keine Kompromisse. Kein anderes Bier. Wie das Land, so das Jäwer. Friesisch herb. Du solltest doch dein Zimmer aufräumen. Was machst du da? Ich hab einen Film gemacht. Über was? Dein langweiliges kleines Leben? Ja, aber es ist nicht langweilig. Es sind die Abenteuer des kleinen Superhelden Axel. Und das bist du? Mhh, und das ist Papa, das ist Mama und das ist der Hund. Wo ist der ältere, intelligentere Bruder? Ähm, im Wasser. Im Wasser? Ist in Szene 2 vom Dock gefallen. Oh, nee. Oh, ja. Äh, kannst du ihn nicht zurückholen? Mal sehen. Komm rauf! Wenn meine Raumfahrer abheben, wird unser Dachboden zum Weltall. Oh, komm mit! Sie erforschen schwarze Löcher und nehmen Kontakt mit Außerirdischen auf. Oh, da sind sie. Guck mal. Aber wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, was glauben Sie, was dann passiert? Dann kommen Sie sofort zurück nach Hause. Toffifee, das ist zartes Karamell mit der Haselnuss, Nougatcreme und Schokolade. Es steckt viel Spaß im Toffifee. Viel Spaß im Toffifee. Wir finden, streichen sollte Spaß machen. So viel ist sicher. Nicht groß abdecken. Mal nicht nur weiß. Schneller fertig. Heißt, wir haben ja Zeit für uns. Feste Farbe von Dulux. Das Original. Einfach toll. Dulux. Farbe neuer Leben. Gibt's heute was Besonderes? Knorrraffiness. Einfach himmlisch. Dillraumsuppe mit Lachs. Und das gibt's jetzt jeden Tag? Knorrraffiness. So schmeckt es richtig gut. Was bedeutet Zucker für Ihr Leben? Zucker. Zucker. Oh, mit Zucker das Leben. Joe, wir wissen, dass du da oben steckst. Na, dann holt mich doch. Hörs, mach den fertig. Kellogg's Crunchy Nut. Knusprige Flakes, knackige Nüsse, goldener Honig. Da kann keiner widerstehen. Ich komm runter. Ich auch. Kellogg's Crunchy Nut. Das unwiderstehliche Frühstück. Braufrisches Dapp, gehört einem Dapp. Braufrisches Dapp, Pilsner. Zum Wohlsein. Dapp. Mami! Oh. Oh. Nein. Ah. Jetzt können wir unsere Pizza auf Stein backen. Pizza? Stein? Da hab ich was Besseres. Original Wagner-Steinofen-Pizza knusperdünn schmeckt steinofig gut. Einmal Wagner, immer Wagner. Der Z3 Roadster von BMW. Freude am Fahren. Okay, Kinder, jetzt der Abwasch. Die machen den Abwasch? Schau, völlig angetrocknet. Und wie viel sie in die Maschine packen. Das schafft selbst mein Pulver nicht. Aber das neue Feri schafft's. Ja, manche Kompaktpulver hinterlassen schon mal Stärkereste. Doch mit Feri wird's strahlend sauber. Alles blitzsauber. Sogar die Gabel. Und die Gläser. Feri Ultra, auch als Taps. Echte Reinheit, strahlender Glanz. Stiftung Warentest bestätigt. Feri-Pulver glänzt im Test mit dem Qualitätsurteil gut. Meinen Kindern schmeckt Kinder Country. Denn da sind viele gute Sachen drin, die sie schon vom Frühstück her kennen. Cerealien, Milch, Kakao. Kinder Country mit vier Frühstücks-Cerealien. In München hat ein jeder so seine Vorliebe für Originale. Bei einem Original sind sich jedoch alle einig. Paulana Original Münchner. Gut, besser, Paulana. Also bei mir ist es Schokoladenkuchen. Jedes Mal, bevor ich meine Tage kriege. Dass ihre Tage keine Tage wie alle Tage sind, kann auch Camellia nicht ändern. Aber sie kann ihnen diese Ultra-Binde geben. Unglaublich dünn. Und mit Stay-Dry-System für ein trockenes Gefühl. Egal, wie man sich sonst gerade fühlt. Camellia alle Tage wieder. Das ist Kinder Country. Vier Frühstücks-Cerealien in einer reichhaltigen Milchfüllung, umhüllt von bekömmlichem Kakao. Kinder Country mit vier Frühstücks-Cerealien. Sicherer Schutz für kleinere Wunden. Das Wasserabweisende Hansaplast Robustpflaster. Gut, wenn es da ist. Hansaplast. Da können Sie sicher sein. Ihr Hundlied Fleisch? Jetzt frisch entdeckt. Neu im Folienpack. Pedigripal fleischige Stücke. Ja, neuartig zubereitet. Fleischige Stücke mit dem vollen Geschmack. Pedigripal. Jedes Folienpack eine frische Mahlzeit. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Meisels Weiße. Meisels Weiße. Das Bier auf seine schönste Weiße. Das Bier auf seine schönste Weiße. Wenn dich der Hunger packt, brauchst du Erdnüsse. Du brauchst deinen Snickers. Pedigripal verlost 1000 Probiersets fleischige Stücke. 0180 5300 300. Rufen Sie an. 0180 5300 300. Das ist kein Jim Beam. Hey, was dann? Nichts ist wie Jim Beam. Bester Kentucky-Burm seit 1795. Charlie hat diesmal ein besonders blondes Problem. Irgendjemand benutzt Scheren nicht nur zum Schneidern. Und sein blondes Problem soll auch noch ihren Daddy aufgehängt haben. Du hast nicht eben geschossen. Nein, du? Nein. Da kann man aber auch verwirrt sein. Ho, 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 schön vorsichtig da unten, Franz Mann. Tjö, merci. Charlie Grace, Sonntag, 18 Uhr in Sat.1.